Ja, kurz vor 22 Uhr und ich bin schon völlig übermüdet. Das ist der ideale Zustand, um jetzt auf eine Seite einzugehen, die verlinkt ist auf meiner Webseite, nämlich die Hoff-Seite. Ich habe über diese schon mal ein Video gemacht, aber wie man hier erkennen kann, hat die sich stark verändert. Wir haben jetzt hier ein ziemlich anderes Design und wenn man die Seite lädt... Oh, jetzt geht es etwas schneller als eben. Hat etwas länger geladen eben als sonst. Was ich auch schon mit einem Kollegen besprochen habe, was sofort ins Auge springt, ist, das H passt überhaupt nicht zum Rest des Titels. Da, ja, vielleicht ist das Absicht, aber dann komische Absicht. Ja, sehr lustige Spielerei. Man kann verschiedene Titelbilder nehmen und diese Titelbilder, die haben auch alle HFFLX drin. Das finde ich sehr schick, diese Idee. Wäre natürlich noch effizienter zu machen, ohne dass man neue Bilder lädt. Also jetzt geht es schnell, weil der Browser die Bilder darunter geladen hat. Naja, hier haben wir ein Emoji, das ich leider hier nicht erkennen kann, weil ich die Schriftart auf meinem Rechner nicht installiert habe. Wenn man hier rauf zeigt auf diese Einträge, dann kommt da ein weißer Rahmen außenrum, der aber verschwindet. Und das hat zur Folge, dass die Höhe von dem ganzen Block sich in dem Fall hier verändert. Das ist nicht so schön. Eine saubere Lösung wäre hier, dass man den Rahmen immer da hat und dann halt die Farbe des Rahmens auf Transparent setzt und wenn man rauf zeigt, auf Weiß setzt. Also, dass man nicht einen Rahmen hinzufügt, sondern dass er immer da ist, aber ausgeblendet und eingeblendet wird sozusagen. Was gibt es hier noch? Es ist sehr schön, was ich hier gerade sehe, nämlich Artikel Bindestrich Vorschau. Das ist auch ein Bindestrich. Sehr gut, das gibt schon mal einen riesigen Grammatikbonus, den ich hiermit ausspreche. Dann haben wir hier einen sogenannten Slider. Wir können hier mehrere Seiten auswählen, wobei jetzt hier der Inhalt auf der Seite 2 und 3 nicht so gut ist. Hier haben wir leider einen Bindestrich. Das sollte eigentlich ein Trennstrich, also ein Viertel-Gerviertstrich, gehört da eigentlich hin oder man könnte sogar noch längeren hin machen. Ja, das ist nicht so schön und das Bild sieht etwas nett aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Bild ist, das aus dem Internet genommen wurde oder ob das ein eigenes Bild ist. Das sieht jetzt so aus, als wenn das ein Bild von jemand anderem ist. Dann wäre natürlich eine Bildquelle dafür gut, aber ist nicht so wichtig. Man kann es ja irgendwie herausfinden durch irgendwelche Tricks. Hier haben wir sogenannte Bildschirmschoner. Bin ich mal gespannt, was das ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir hier auf dieser Seite... Ach, das heißt jetzt gefährliche Augen. Das ist sehr schön. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir jetzt hier ein paar Animationen haben. Ich finde das richtig toll, die Idee hier. Mache ich das mal, wie das hier steht, ganz willenlos. Befolge ich das. Was passiert denn, wenn wir hier raufklicken? Ah, die Schriftfarbe verändert sich. Das ist schön. Es wird braun und es wird schwarz und dann wieder weiß. Und jetzt wird es wahrscheinlich wieder braun und... Ah ja, interessant. So, das war der hier. Zu Bildschirmschonern generell könnte ich natürlich auch was sagen. Das mache ich aber natürlich auch. Ich muss es ja auch machen. Bildschirmschoner halte ich für nicht sehr sinnvoll. Es ist besser, den Bildschirm auszuschalten. Spart Strom und schont den Bildschirm. Noch besser. Was haben wir noch? Jeder mag Katzen. Na, weiß er nicht. Also mich nerven Katzen oft. Gefährliche Augen. Bin ich mal gespannt. Ah, eine richtig extrem realistische Augenschließanimation. Das ist auch gut. Ähm, ja. Ich finde es schick, dass wir hier so Symbole haben für die jeweiligen Dinge. Ich finde... Insgesamt finde ich das neue Design ganz schick. Ich bin jetzt auch kein Designprofi, was man, wenn man sich meine Seite mal ansieht, sofort erkennen kann. Das fällt mir auf jeden Fall nur positiv auf, das Design insgesamt. Hier haben wir ein Symbol, wo der Text rechts daneben ist. Das sieht mir nach einem Fehler aus. Hier so diese Sektionsüberschriften finde ich gelungen, dass wir das hier so an der Seite haben. Ja, kann man machen. Jugend forscht. Bindestrich, Projekt. Bindestrich. Warum ist da ein Bindestrich hinten dran? Hier ist einer zu viel. Also ich finde das sehr schön, wenn man einen Bindestrich setzt. Aber in dem Fall sieht mir das danach aus, dass hier einer zu viel ist. Projektthema noch nicht bekannt. Kommata-Setzungsplakat. Hier wäre ein S sehr schön gewesen. Und ein Bindestrich-Setzungsplakat könnte man auch machen, aber ist vielleicht gar nicht notwendig. Ein Pflanzenprojekt. Wir gedenken. Ja, finde ich auch gut, dass es hier verschiedene Kategorien gibt, die noch kommen. Man könnte jetzt natürlich einwerfen, dass man mal vielleicht mehr machen und weniger ankündigen soll. Aber ja, sonst sieht ja meine Seite so langweilig aus wie meine. Wenn man nur macht und nicht ankündigt. Hier könnte man auch wieder einen längeren Strich hinsetzen. Was heißt könnte und wüsste man. Natürlich leicht verständlich und nicht künsch. Ja, finde ich gut. Was ist denn das? Ah, ja, den Inhalt finde ich schon mal sehr gut. Ich finde auch die Idee gut, dass man hier so ein Titelbild hat. Auch weil beim Thema Klima hat man hier so Prozentzahlen als Hintergrund. Oben, wenn man auf Zurück drückt, wird man zu der Seite zurückgebracht. Ah ja, das ist jetzt eine praktische Funktion, dass man auf den Zurück-Button drückt. Noch schöner wäre es natürlich, wenn man erkennt, ob man wirklich nicht einen neuen Tab geöffnet hat, wie ich eben. Aber das ist nicht so schlimm. Ein Jugendforschprojekt, das ich schon kenne. Aha, so, so. Wir haben hier Bilder. Virtuelle Räume mit virtuellen Schränken. Richtig schön, richtig schön, richtig schön. Sehr toll. Ich finde auch den Screenshot hier von dem Gerät sehr, sehr schön. Also ein Ubuntu-Screenshot. Da hat jemand ganze Arbeit geleistet. Den Screenshot da vorne finde ich nicht gut, weil das Windows ist. Aber ja, vielleicht ist das irgendein Programm, was man unbedingt braucht, was angeblich unter Linux nicht so gut läuft. Wer weiß. Sehr schön. Sehr schönes Foto. Ja. Sehr unschöner Bindestrich wieder hier. Das ist auch ein... Das ist auch ein Bindestrich. Der ist auch zu kurz. Ah ja, ich sehe gerade am Titel... Hier können wir wieder zurückgehen, denke ich mal, wenn man darauf drückt. Achso, da sind wir schon... Irgendwas soll das hier sein. Das ist vermutlich ein Ballon oder so. Irgendwas in der Art. Naja. Ich muss mir ja nicht alles angucken. Weitere Profile. Ah ja, hier kann man dann auf GitHub sich das angucken, was der Herr oder die Dame oder... Guckt man doch direkt mal nach. Ich weiß es ja gar nicht. Ich kenne ja auch diesen Menschen überhaupt nicht. Mal sehen, haben wir irgendwo Geschlecht. Das ist nämlich jetzt wichtig für die Sprache. In der deutschen Sprache braucht man das nämlich. Hier vielleicht. Tja, ich hätte jetzt gern irgendwie hier die Kategorie Geschlecht gehabt. Das wäre jetzt ganz praktisch. Ah, gut. Simon. Ja, ja. Ja, ja. Gut. Das kann man ja googeln. Also machen wir das mal schnell. Was ist Simon? Simon ist ein männlicher Vorname. Gut. Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass er... Also, wo war ich stehen geblieben? Ja. Hier ist sein GitHub-Profil und sein Twitter-Profil, das er illegalerweise hat. Ne, weiß er nicht. Scheiß Twitter. Egal. Empfehlung. Hier werden ein paar Seiten empfohlen. Ja, das ist ein GitHub-Profil. Das ist keine Webseite. Aber ja, gut. Man kann GitHub-Profile auch empfehlen. Hier ist meine echte Webseite. Achso, da sind auch Beschreibungstexte. Aha. Programmiert. Aha. Ähm, und LouisJS-Fan ist der auch. Übrigens muss nachgerüstet werden. Und Mini-CraftJS-Fan ist er auch. Aber egal. Ähm, programmiert, kritisiert alle und schraubt Geräte. Also, kritisiert alle, das stimmt natürlich. Aber es ist auch natürlich erkennbar, warum das hier so steht. Damit natürlich in dem Video, das ich jetzt gerade mache, meine Kritik hier den Wind aus den Segeln genommen bekommt. Sonst so ein, kenne ich nicht. Ja, das ist die richtige Frage. Äh, kenne ich schlecht. Aber ja, abonnieren. Unbedingt diesen Kanal hier abonnieren. Der ist nämlich gut. Also, wer Gaming interessant findet und deswegen mich deabonnieren will, bitte hier abonnieren. Ähm, das kenne ich nicht. Naja. Hier haben wir einen Panikmache-Countdown. Der, äh, von grünen Aktionisten und, äh, Klima-Radikalen gern immer wieder hochgehalten wird. Ähm, mit einer angeblichen wissenschaftlichen Grundlage auf dieser linksextremen Zeitung. Tja. Nein, nein, nein. Jetzt habe ich auf, äh, jetzt habe ich auf das Gitterprofil. Also, ja. Ja, war natürlich ein Witz. Ist, äh, wenn man schon einen Countdown einbauen will, um einen Countdown zu haben, dann macht das natürlich Sinn, ein derart wichtiges Ereignis zu nehmen, was sehr viel auch ändern wird. Also, am Tag vorher sind wir entspannt und sobald der Tag erreicht ist, dann, ja, kommt die große Suizidwelle. Dann haben wir hier einen hellen Modus, den wir nehmen können. Das finde ich eine sehr schöne Idee. Ich könnte jetzt einwerfen. Ach, meine Zuschauer kennen mich natürlich. Werfe ich da noch ein, dass ich natürlich auch schon so etwas auf einer Seite von mir gemacht habe. Mhm. Aber das kann ja auch Zufall sein. Ich weiß ja nicht, ob das, hm, nachgemacht ist. Wahrscheinlich nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht nachgemacht ist. Jetzt können wir gleich mal probieren, ob der Zustand auch gespeichert wird. Also, wenn, wenn ich jetzt mal sage, mich stört der Dark Mode, ich will das im hellen Modus haben und jetzt öffne ich mal eine andere Seite. Dann sind wir wieder im Dark Mode. Ja, sehr hilfreich. Vielen Dank. Da muss man also leider immer draufklicken. Deswegen, das könnte man nachrüsten. Hier haben wir mehrere Fragezeichen, wo wahrscheinlich eine Nachricht kommt. Ich klicke jetzt mal auf den hier direkt. Ja. Vielen Dank. Kann ich mir denken. Da sind unter jedem dieser tollen Knöpfe ein toller Text. Texte, die man nicht lesen kann, wenn man die Schrift dort nicht hat. Hier ist ein grüner Punkt. Ja. Der Text ist lustig. Also, den muss man unbedingt lesen. Der ist gut. Empfehlungen. Ja. Hier gibt es Empfehlungen für verschiedene Themen. Das Problem ist, ich kenne mich mit Computern nicht aus. Ich weiß gar nicht, wie man damit jetzt umgeht. Tja. Doof gelaufen. Und ja. Also, ich würde jetzt gerne Empfehlungen bekommen, aber ich kenne mich nicht aus. Tut mir leid. Es ist mir zu kompliziert. Da steht jetzt hier, ich soll irgendwas eingeben. Nee, das ist mir zu kompliziert. Nee, kann ich nicht. Sorry. Gut. Es gibt also keine Empfehlung für uns. Desinteressen. Was gibt es hier für Kategorien, die man sich direkt angucken kann? Genau. Sprachen ist wichtig. Latein spricht er. Das ist sehr gut. Das ist eine gute Sprache, die man können muss. Und, ah ja, genau. Schweigen spricht er auch. Ist auch eine sehr wichtige Sprache, die man können muss. Äh, ja. Das ist eine Lüge, weil nämlich ich aus guter Quelle, also von der NSA erfahren habe, dass dieser Mensch das Spiel City Skylines ab und zu mal sich angeguckt hat. Also, ich will jetzt hier keine Gerüchte, äh, erzeugen, aber das, äh, das ist aber jetzt mal gewagt hier. Tja, äh, auf die Inhalte muss man ja jetzt nicht so viel eingehen. Das ist ja jetzt, äh, auch nicht so wichtig. Muss ich ja nicht alles rezensieren. Äh, äh, gibt's hier so politische Einstellungen und sowas? Äh, 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 irgendwie nicht. Also hier wird das Religion und Glaube genannt. Ja, kann man so nennen. Äh, hat nur sowas Fundamentales, aber, ja. Es, vielleicht, vielleicht gibt's Menschen, die das interessieren, was jemand irgendwie glaubt. Musik, die gehört wird. Ja, aha, aha, ja, ja, ah, oh, ah, ja, also. So, gut, interessant. Mh, Freunde und Verwandte, äh, ja, hier interessant, dass wir bei der Aufzählung die Punkte hier links haben und überhaupt Punkte haben. Also entweder zentriert oder links mit Punkten. Das ist so in dieser Kombination etwas komisch. Ich meine, ganz praktisch gesehen, was bringen die Punkte? Ist, äh, die sind so weit weg, die verbindet man gar nicht direkt damit. Äh, ja. Äh, dann haben wir eine Freundesliste, die aber eigentlich eine Freundeskarte ist. Also, korrigiert mich bitte in den Kommentaren, wenn ich falsch liege, aber eine Liste ist für mich etwas Eindimensionales und nicht etwas Zweidimensionales. Sonst könnten wir auch die Landkarte als Liste von Ortsnamen bezeichnen. Ja, es ist natürlich klar, dass solche offensichtlichen Dinge, da ist man natürlich betriebsblind und übersieht das, wenn man selbst an so etwas arbeitet. Aber, ja, mir fällt es halt sofort auf. Hier, ähm, haben wir verschiedene Kürzel drin, die ich alle gar nicht kenne. Wobei doch, ja, kenne ich. Ja ist nämlich bei Rewe die, äh, Hausmarke. Und, ja, äh, gut. So, so. Ja, das ist sehr schön. Jetzt gucken wir uns nochmal die Projekte an. Hier, äh, hier gibt es vertikalen Text. Das ist interessant. Ich weiß nicht genau, wie das gemacht wurde. Das ist aber auf jeden Fall ein, ein, ein netter Touch, wie man so schön neudeutsch sagt. Äh, dass man hier so die Rubriken auf der linken Seite hat. Ja, das finde ich gut. Erinnert mich irgendwie an das, was wir auf der Startseite unten hatten. Ist doch vielleicht auch der gleiche Inhalt. Ja, sieht sehr ähnlich aus. Aber gut, haben wir halt das gleiche nochmal hier in grün. Und sogar in anderen Farben. Ich bin gespannt, was daraus wird. Und wie weit jetzt diese Sachen hier mit der Startseite verworstellt werden. Weil, muss ja irgendwie, weil man kann das ja nicht doppelt machen. Dann komme ich jetzt hier zu einer sehr offensichtlichen Kritik, auf die man auch kommen kann. Sehr einfach. Wir haben hier einen Link auf hofsite.de. Und hier haben wir einen Link auf hofsite.de Index. Das ist redundant. Es hat folgenden Hintergrund. Und also Index, HTML, ist der Standard-Dateiname. Also wenn man irgendein Verzeichnis auf einem Web-Server öffnet. Zum Beispiel meinen Ordner, wo dann Dateien drin sind. Oder ich habe eine Idee. Wir können das ja mal Media. Wie schreibt man dann M? Achso, Media. So. Aha. Ja, sehr lustiger Fehler. Also wenn wir in einen Ordner reingehen, dann wird, und ja, das ist ja keine HTML-Datei. Dann guckt der HTML-Server automatisch nach einer Index-HTML. Und Index kommt von, ein Inhaltsverzeichnis. Das ist so gedacht, wenn man, also man muss sich jetzt in die Zeit von Berners-Lee reindenken, als HTML entwickelt wurde. Wenn man, ähm, wenn man mehrere Artikel in einem Ordner drin hat und man dann den Ordner öffnet, dass man dann die, äh, die normale Inhalts, äh, Auflistung, die automatisch hat. Also das kennt man wahrscheinlich von manchen Webseiten. Es steht Index-Off sowieso. Und dann hat man, also ganz ohne Design, so eine sehr schlechte Seite. Und mit Index-HTML kann man dann sein eigenes Inhaltsverzeichnis für diesen einen Ordner anlegen. Ja, und das Gleiche ist das mit der Startseite. Es wird automatisch geguckt nach einer Datei, die Index-HTML heißt. Deswegen ist das redundant, dass wir einmal hier die Domain haben und dann die Domain mit Index-HTML hinten dran. Das muss weg. Unbedingt muss das weg. Ah. Und das muss sogar so unbedingt weg, dass ich das sofort lösche. Ha, ha, ha. Schon besser. Und ich habe gerade gesehen, was war denn das. Gucken wir jetzt mal etwas auf die technische Sache. Oh nein, wir haben... Achso, das sind Icons, die geblockt werden. Interessant, dass das geblockt wird. Das wird von meinem Ad-Blocker wahrscheinlich geblockt. Deaktiviere ich das mal auf dieser Seite. Und lade das neu. Und jetzt haben wir wahrscheinlich hier unten die Icons. Wenn man dann erstmal an den ganzen langen Sachen vorbeigescrollt hat. Ja, da, YouTube ist jetzt auch mit dabei. Ja, so, so. Jetzt kann ich auch Werbeanzeigen in Zukunft hier sehen. Ach ja, die beiden Symbole waren das, die auch noch geblockt wurden. Haben wir denn noch irgendwelche anderen? Ja gut, ich kann mir jetzt das hier noch angucken. Und gucke mir dann den Quelltext direkt mal an. So, äh... Ich bin dann Spielfilter. Wobei, Moment. Netter Versuch. Sehr netter Versuch. Jetzt muss ich leider enttäuschen in einer Sache. Nämlich normalerweise schreibt man Benutzername at Hostname. Und hier ist das vertauscht. Das ist nämlich der Benutzername. Und das ist der Host. Also, muss andersrum. Muss. Ja, dann frage ich mich, warum wir einen Bindestrich vor dem Dollar haben. Dann frage ich mich, warum wir überhaupt hier einen Dollar... Achso, na gut, das soll vermutlich so Bash-artig sein, ne? Hier haben wir ein Textfeld, wo wir Befehle eingeben können. Was passiert denn, wenn wir gar nichts eingeben? Error. Aha. Was passiert, wenn wir ein Leerzeichen eingeben? Was passiert, wenn wir ein Null eingeben? Hm. So, so. Immer nur Error, Error, Error. Hm. Was passiert, wenn wir Tippe hier aus so Zeichen eingeben? Error, natürlich. Ah ja, gut. Das ist mit Placeholder gemacht. Das ist schon mal gut. Da hat jemand etwas mitgedacht. Ich wollte mir jetzt den Quelltext ansehen von der Seite. So. Oh, irgendwo müssen wir doch hier ein JavaScript-Dingens haben. Hm, hm, hm. Hä? Was ist das? Was ist denn das? Hä? Unser Empfehlungsterminal, wo ist es denn? Ich suche mal nach Form. Ah ja, hier. Form, Konsole. Und Submit, Konsole. Kommt das hier raus? Konsole. Ah ja. Das ist interessant. Also wir haben ein Gimmick für eine bestimmte Seite. Das findet man ja nur auf dieser einen Seite hier. Das aber für jede Seite, in der JavaScript-Datei mit drin ist. Dann haben wir sehr viel langen, redundanten Text. Hier hätte man eine Variable nehmen können. Man hätte generell ein paar mehr Variablen nehmen können, um so lange doppelte Sachen wegzulassen. Man hätte das hier auch rausklammern können, sozusagen. Also wir hätten das hier hier hin tun können. Also hier hinter das Anführungszeichen. Und das hier hätten wir hier vor das Ausführungszeichen, sozusagen, ans Ende hin tun können. Und dann hätten wir hier leeren Text 2, 3. Und schon wäre die Datei viel kleiner. Zumindest bei solchen Sachen. Aha, aha. Ich bin jetzt mal gespannt, wo haben wir hier die... Ah ja, hier. Da, da. Das sind... Genau, das ist der Befehl. Also es wird abgefragt, welchen Befehl man eingegeben hat. Und dann werden je nach Befehl bestimmte Dinge getan. Und Sachen eingeblendet. Praktisch. Das erinnert mich etwas an... Egal. Ja, ist natürlich klar, dass ich sowas auch gemacht habe. Machen ja viele. Ja, dann haben wir eine Funktion Rain. Dass es regnet. Die ist mal angefangen worden. Nicht schlecht. Auch diesen Kommentar, äh, der ist sehr wichtig. Ja. Mhm, 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 mhm. So, so. Ja. Hier ist der Countdown unten. Ja. Das ist, äh, ziemlich lang. Ich frag mich, warum man hier unten diese Funktionen aufruft und hier schreibt und nicht, äh. Ah, ja, ja, doch, doch. Ist klar. Weil das asynchrone Funktionen sind. Also, die, mhm, die werden parallel ausgeführt. Also, loadNavBar, loadFooter, die werden gleichzeitig ausgeführt. Und dieses Fetch, also die Abfrage, läuft parallel. Ja, äh, was mir nur auffiel eben, äh, äh, bei diesem Code direkt mit diesem Footer und Header. Man sieht's, wenn ich jetzt hier irgendwo raufklicke, es, äh, die Performance ist nicht so toll. Also, ja, es lädt innerhalb von einer Sekunde, was natürlich an einem super tollen, schnellen Rechner liegt. Mit diesem super tollen, schnellen Prozessor und so weiter. Aber es wird halt jedes Mal dieser Request wahrscheinlich gemacht mit diesem Header und Footer, äh, Template. Nennt man das in der Sprache? Jetzt gucken wir mal, was wird alles geladen. Oh, 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 sehr viele Dateien. Aber jetzt kann man ja sagen, na gut, die meisten Dateien sind ja gecached. Also, die werden nicht nochmal runtergeladen neu, hoffentlich. Und deswegen gucken wir mal. Genau, wir haben tatsächlich eine einzige Datei, eine einzige Datei, die, ähm, äh, die nicht abgefragt wurde. Menü 1. Und der ganze Rest, der wurde nicht neu runtergeladen. Also, wir sehen hier das 304 und 308 und so weiter. Das heißt, dass diese Dateien nicht verändert wurden. Also, der Browser, der Browser hat die Datei angefragt und dann hat der Server zurückgeschickt. Die Datei hat sie nicht verändert. Und dann hat der Browser gesagt, na gut, dann benutze ich eben die Datei aus dem Cache. Das heißt, dieser Status, mhm, 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 so, so. Also gut, man muss ja zur Verteidigung der Hoffzeit und deren Entwicklerteam, das sicherlich sehr groß ist, sagen, dass diese beiden Dateien nicht jedes Mal runtergeladen werden, sondern alles, was lediglich passiert, das sieht man hier rechts, ist, dass der Browser nachfragt, ob die Datei sich verändert hat. Hier kann ich dann auch sehr schön einen Tipp geben, wie man die Ladezeit deutlich verbessern kann. Also, man sieht hier als erstes wird die HTML-Datei geladen. Und nachdem die HTML-Datei geladen wurde, erst dann werden diese vier Requests gemacht, diese fünf Requests meine ich, diese fünf Anfragen, das sind die fünf Ressourcen, die in dieser HTML-Datei verlinkt sind. Und in einer von denen hier werden dann diese hier referenziert. Und in einem von den vier wird dann eine von den beiden, also die beiden referenziert. Und so weiter und so fort. Also man hätte das vermutlich besser machen können, indem man irgendwo diese Preload oder Prefetch, wie heißt das, ich meine das war Preload, Text benutzt. Also für große Dateien, die später angefragt werden, dass die dann sofort in der HTML-Datei schon wenigstens schon mal vorgeladen werden, auch wenn sie woanders verwendet werden. Naja, gut. Ja, man kann wahrscheinlich stundenlang drüber reden. Das war jedenfalls mein sogenanntes Review hierzu. Und ich finde die Seite gut. Ich möchte nicht, dass das zu negativ wirkt, mein Review. Ich finde, dass die Seite ambitionierter als meine ist, vom Design her. Das muss man auch hervorheben. Ich finde, dass die Seite ziemlich intuitiv ist. Also ziemlich bunt auch. Und das ist auch wieder Geschmackssache. Aber ja, man kann damit leben. Eigentlich. Also ja, so. Das war das Video. Und ja, besucht diese schöne Seite. Abonniert diesen schönen YouTube-Kanal, falls es ihn überhaupt noch gibt. Vielleicht kommen dann irgendwann auch Inhalte. Und ja, hier ist ein GitHub-Profil. Da kann man folgen, falls man jetzt interessiert ist an Entwicklung. Vielleicht will dieser Mensch, der ja verschiedene Projekte hat, irgendwann auch noch ein Programmierprojekt machen auf GitHub oder so. Das wäre dann schön. Das könnte man dann da auch sehen. Und tschüss.